Guten Morgen zum nächsten Video. Wir fahren jetzt gleich weiter auf die Messe nach München und mal schauen, was ich da alles genau filmen kann. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind wieder am Auto. Viel filmen konnte ich nicht. Da war einfach die Zeit nicht da. Mal gucken, mit was ich heute den Tag dann noch komplett auffülle. Das ist jetzt auch noch nicht so genau. Als nächstes werden wir jetzt das Wohnmobil einräumen, weil wir in ein paar Tagen wegfahren wollen. Wir davor aber nicht wirklich Zeit haben, das Wohnmobil einzuräumen. Deswegen machen wir es jetzt schon. Gut, jetzt fangen wir an mit dem Wohnmobil. Und zwar werden wir jetzt als erstes aufschreiben, was wir kaufen müssen. Wir gehen morgen nochmal einkaufen. Wir werden jetzt noch schnell die Klamotten einräumen und dann war's das. Ah, wir sind heute viel zu faul zum Kochen und deswegen gehen wir jetzt in die Stadt und holen uns was zum Essen. Außerdem muss der Hund eh noch ein paar Meter laufen, dann passt das ganz gut. Das ist aber viel besser auch. Jetzt ist sowieso nichts Spannendes mehr passiert. Dann kann ich den Vlog auch beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.